Jonglierkopie Testet euch gegenseitig beim Jonglieren. Ein Spieler macht vor, mit welchem Körperteil und in welcher Reihenfolge der Partner den Ball jonglieren soll. Hochnehmen, rechts, links, rechts, Oberschenkel, rechts, links, Kopf und fangen. Erlaubt sind maximal drei verschiedene Körperteile. Anschließend macht der andere Spieler die Jonglieraufgabe vor. Hochnehmen, rechts, zwei Kontakte rechts, Oberschenkel, Kopf, Kontakt rechts, fangen. Musik 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 Musik